Die Osteria Giro liegt im Zentrum von Vazia, zehn Kilometer von den Stränden der Riviere entfernt. Sie ist weit über die Grenzen der Provinz Imperia hinaus bekannt. Das hat gleich mehrere gute Gründe. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und das nicht nur für durstige Seelen. Der Familienbetrieb legt viel Wert auf Qualität. Ein Highlight das Ligurische Kaninchen. Manche behaupten es sei das Beste weit und breit. Zu der Köstlichkeit gehört auch ein guter Tropfen. Ligurisch versteht sich. Nur wenige Meter vom Restaurant entfernt, die Sommerterrasse. Hier werden jeden Abend die Köstlichkeiten des Hauses serviert. Und für Unentschiedene gibt es auch Internationales. Ausgemacht natürlich. Aber der Schwerpunkt sind nach wie vor die Ligurischen Spezialitäten. Wenn der erste Ansturm vorbei ist, zeigt sich auch die Chefin und Köchin des Hauses. Kontaktpflege mit den Gästen. Ab jetzt darf es gemütlich werden. Italienisch eben. Wer gerne gut isst und trinkt, typisches Ligurien sucht und Kontakt möchte, ist im Giro bestens aufgehoben. Nur dann, auf einen schönen Abend. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.